Fahr nach Hause, du Vollidiot. Du schlägst dich mit der schönsten Frau in ganz Bars verheiratet. Ein Ehebrecher Wieso tut er das nur? muss um seine Frau bangen. Hier, zwei Tickets. Hawaii, du und ich. Oscar-Preisträger Paul Newman, Melanie Griffith und Bruce Willis. Tobi, es gibt eine absolut logische Erklärung für das alles. Tatsächlich? Nobody's Fool. Auf Dauer unwiderstehlich. Auf das Vierte. Happy Sunday.